So, da sind wir wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was in diesem tollen Geschenk drin ist, vom lieben Minirock, äh Minirig. Also, wer verbirgt sich dahinter? Das ist der gute alte, jung gebliebene Hans, Maulwurf. Jeder dürfte ihn eigentlich kennen. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, aber ich kann es mir fast schon denken, aber ich werde es nicht sagen. Nicht, dass es am Ende kommt, ey, das war mir klar, ö ö ö. Wir gucken einfach gemeinsam rein in... Ja, da kommt noch ein Follow rein. Zambi, auch danke dafür. Ne, ist kein Follow. Follows auf Twitch. Danke für dein Abo. So, wir gucken rein in 3, 2, 1. Ich dachte, ich hätte ihn schon. LOL. Vielen, vielen Dank, Hans. Aber ich dachte, ohne Quatsch, das wäre ein Emote gewesen. Ich hätte geschworen, ich hätte es schon. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Hans. Danke für den Support und natürlich auch danke allen anderen, die jetzt gerade auch mit im Livestream sind. Einfach ein bisschen Team spielen. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst natürlich gerne ein Like da, wenn du noch kein Abonnent bist. Gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, das Gedudel geht weiter. Und ich sag dann mal, haut rein. Und ich sag dann mal, haut rein.